Mein Name ist Elias Haferkorn. Ich bin Auszubildender in der Firma FRIPA als Papiertechnologe. Ich bin im ersten Lehrjahr. In der Firma FRIPA hast du viele unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Die riesige Papiermaschine beeindruckt mich, dass man aus so einer riesigen Maschine eine ganz kleine winzige Toilettenrolle produziert und dass ich dann auch noch ein ganz großer Teil davon bin. Ich bin der Marlon Grimm, bin 19 Jahre alt, mache hier meine Ausbildung als Industriekaufmann bei der FRIPA. Wir Azubis bekommen viele verschiedene Aufgaben anvertraut, die wir alle selbstständig erarbeiten können. Allerdings, falls mal Hilfe gebraucht wird, hat man sehr viele Ansprechpartner, an die man sich wenden kann, was auch kein Problem ist, wenn man mal Hilfe braucht. Hallo, ich bin Marlon, ich bin 17 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer. Ich bin im ersten Ausbildungsjahr und die Ausbildung macht mir sehr viel Spaß. Und da die Ausbildung sehr flexibel ist, hohe Aufstiegsmöglichkeiten hat zum Beispiel, man kann hier also einen Meister machen. Bei unserem Azubi-Ausflug konnte man sehr schnell Kontakte knüpfen und man konnte sich ziemlich schnell mit allen Azubis und Azubinen verstehen. Ich bin Viktoria Sauer, komme aus Miltenberg und mache hier meine Ausbildung als Industriekauffrau. Man lernt hier auch immer was dazu durch die verschiedenen Workshops. Man kann sich als Azubi auch sehr gut hier beteiligen. Ja, zum Beispiel in der JAV, der Jugendauszubildendenvertretung, hier hat man die Möglichkeit schon als Azubi seine eigenen Ideen mit einzubringen. Deswegen fühlt man sich hier auch echt gut aufgewogen und betreut. Ja, zum Beispiel in der JAV